so ihr lieben das nächste video für euch dieser torrett challenger wird jetzt fertig gemacht für den mark wir bringen das rot das ist immer ein problem mit der kamera auf maximalen glanz mit der kranik versiegelung haben jetzt mittlerweile das shampoo gleich ist das big block shampoo er wird unser eigenes zum zehnten mal im einsatz bei dem autos ich kann euch eins sagen der macht richtig sauber unterstützt den glanz also das shampoo ist geil wir freuen uns drauf wenn es endlich abgefüllt ist dass wir es anbieten können und ansonsten zum auto wir haben hier ein skatepack 6,4 liter 492 ps er wird jetzt die keramik versiegelt und der wagen bekommt eine mattschwarze motorhaube und dann kommt das mit dem glanz immer extremer über das problem ist immer bei den kameras du kriegst orange und rot nicht wirklich unterschieden unterscheiden kann man schlecht unterscheiden oder gar nichts sehen sagt jana sagt doch mal was man heute haben wir den geilsten roten challenger überhaupt rot ist ja eine mega geile farbe die steht für liebe die steht für sportlichkeit die steht für den rené die steht ein bisschen für den boris und natürlich am meisten für den challenger wir wollen das natürlich auch nicht vorenthalten den kriegt der mark der hat diesen mega challenger hier bei uns erstanden das ist der fetteste white body wenn der hier raus geht den ihr gesehen habt weil da kommt heute noch eine folie drauf oder und eine keramik versiegelung bestimmt ja genau da erzählen wir was dazu worris wie die einzelnen arbeitsschritte sind ja da kommen wir noch ein stück hierher sonst hören wir uns wieder nicht du hast ja die videos du hast ja die videos auch gesehen ja das thema ist ja immer das gleiche du kannst auf der kamera nicht oder mit der kamera nicht einfangen ist es rot oder orange das ist echt schwer warum keine ahnung also auf jeden fall hier die lampe wechseln dann geht das gleich also da draußen haben wir einen orangenen vielleicht kann man das noch mal im weitwinkel so drauf halten ich finde man sieht den farbunterschied ein bisschen ne moin also fakt ist wir werden den lagen mit der was ist das jetzt mal zwar macht schwarz von hier folieren kommt die moderhaube der mark hatte den vom kennengesehen und so läuft das wirklich immer der mark müssen von der schwarze moderhaube der kennenzuliche rossi geileres freue mich drauf und du hörst ja immer mal wieder hast du noch hier macht ja eigentlich immer das selbe schema aber es ist wirklich so kundenbestellung und das nächste sieht ja bei dem challenger einfach nur artig endgeil aus ich wollte jetzt nicht ins wort fallen aber es sieht ja einfach geil aus und von daher ist es ja auch völlig legitim warum nicht ne genau die fallen ja auch nicht alle in einer stadt wer weiß und beim nächsten big blocks run dann kommt ja aber alle und dann haben wir alle diese rote augen aber der rote das haben wir jetzt beim xr gesehen das ist eine knaller farbe der xr ja genauso der ist ja jetzt schon mit der keramik versiegelung seit mal veredelt ja und wer jetzt wenn er komplett fertig ist glaubt mir das wird hammermäßig aussehen keine frage ich würde sagen wir legen einfach los weil am samstag kommt der mark und da wollte ich eigentlich schon dass wenn man dann vor der tür steht das geheimnis gelüftet ja das geheimnis gelüftet ja alles klar mal ganz kurz rot steht für die liebe rot steht wo holst du das hätten ich immer erst aber eine plötzliche eingebung ich war gedanklich aber rot steht auch für uns ich weiß aber auch was er meint wenn er sich und mich sieht ja jetzt sieht er roh und dann weiß doch was er meint wenn sie dann ziel am bank und oder warum das bei den anderen anders ist wenn ich geld geholt habe wurde der betrag immer mehr und ich dann hätten was läuft doch geschieht und alle mathelehrer da draußen gedürft in den kommentaren im haus ist ja youtube-at-big-blocks.de Benjamin hau mal bitte ganz kurz raus weil es ist am besten wenn du das machst ich habe eben gerade auch wieder einen anruf gehabt von einem jungen mann der im dezember zu uns kommen möchte und einen silber radung oder ein f-150 von uns besorgt bekommen möchte erklär doch mal ganz kurz dieses gauten wie das funktioniert wie wir das machen und warum das für uns sinnvoll ist das wäre ganz cool da können wir in der hundfunk ein bisschen arbeiten es ist ein sicher und eine gute idee ich habe mir sowieso schon überlegt dass wir dazu mal ein komplettes video machen weil auch immer total viele anfragen kommen wegen finanzierungen und dem scouting thema grundsätzlich ist es so wir haben natürlich nicht immer jedes passende muscle car von jedem baujahr mit jeder kilometer laufleistung zu jedem preis hier am hof aber tepper lass es mir schmecken aber grundsätzlich ist es so dass wir euch natürlich euer muscle car besorgen können sei es ob es jetzt ein direktimport ist aus den staaten das ist natürlich ein bisschen aufwendiger oder halt wir suchen im europäischen umland nach geeigneten fahrzeugen für euch von daher einfach der erste step ist immer eine e mail schreiben an youtube at bigglox.de oder an info at bigglox.de geht einfach auf unsere homepage ihr könnt es auch über facebook schreiben der reicht uns auf jeden Fall meistens melden wir uns auf und dann geht es hauptsächlich darum dass wir euch im nächsten step kontaktieren und wir rufen euch dann an oder wir halten da irgendwie kontakt wo wir dann quasi den umfang des auftrages abstecken was ihr genau wollt baujahr kilometer laufleistung kreislich und alles und dann schauen wir quasi nach ob wir das ganze auch besorgen können und ähm so hat das bis jetzt eigentlich immer sehr gut funktioniert wir knistern das ganze müssen wir wiederholen weil ich kracht gemacht habe was hast du gesagt nee das ist nicht dein auto ich hoffe das hat man so gehört wenn nicht schreibt einfach wenn ihr dazu fragen habt wir werden das auch nochmal wie gesagt an an boris at bigglox.de die gibt es übrigens nicht leicht modifiziert tut die existenzial aber wir werden dazu nochmal ein komplettes eigenes video machen weil auch immer unglaublich viele fragen kommen zum thema finanzierung ob wir leasing machen ja das machen wir grundsätzlich alles das ist überhaupt gar kein problem mit anzahlung ohne anzahlung alles was ihr wollt wir sind da absolut frei das ist eigentlich genauso wie bei einem normalen autokauf auch so und jetzt kommt der kühl spaß und boris beim schwitzen zuzugucken wie der rené der hat heute winter oder so wie der angezogen ist ja oder machst du hier einen auf äh run die ins team aber das ist ein bisschen kalt jam master j ja ja das ist schon schön wie hier so die arbeitsrollen vor äh wir machen das wie bei der stadt oder guck mal das ist ganz klassisch ich weiß einer arbeitet der andere hat die erste aufsicht und ich mach die general aufsicht und die jana muss auch noch filmen dann läuft sogar die pfeffer weg so ich geh jetzt auf jeden fall arbeiten macht's gut ciao ciao hallo klubschi ist goldig klubschi sieht goldig aus ja aber ihr doch nicht das ist echt gemein sie disst dich ich bin lieb und ich krieg sie wieder den mittelsitzer kann ich bei ihr natürlich machen nimm den föhn in die hand dicker soll ich das eigentlich so cutten oder willst du das komplett aufgenommen ach keine ahnung ich weiß selber nicht genau was ich will ich will dass es fett aussieht und das was ich bis jetzt hier so sehe muss ich sagen ist schon geil ok fangen wir hier mit an mit 2 auf 20 cm mit die hast du schon mal liegt so die krüger so Finger weg so toll ich wollte schau nicht bisschen bisschen huuuu ich mach das nicht nochmal ich mach das nicht ich mach das nicht bloß jetzt auf nochmal heiß mach mal heiß Hau ab jetzt, komm, ich steh mal essen, ich steh mal essen, ich steh mal essen, komm, ich hab Hunger. Wenn du jetzt den Kopf so hergetan hast, mach das nicht nochmal. Mach das nicht nochmal. Dann drück den Kopf so her. Ja, geil. Okay, sind vielleicht keine 20-10 Minuten oder sind vielleicht nur 15. Also ich nehme das selbe wie gestern, bitte. Wir hatten jetzt die Frage gehabt, wie das bei uns aussieht mit den Fahrzeugen, wie das zustande kommt, dass die Fahrzeuge so relativ schnell verkauft werden. Oder warum wir die nicht online setzen. Es ist relativ einfach erklärt. Über Facebook haben wir eine relativ große, wie oft habe ich jetzt relativ gesagt? Relativ oft, oder? Wir haben über Facebook eine richtig große Reichweite. Instagram fangen wir gerade an aktiv zu werden und YouTube ist gerade so ein Thema, wo wir die ersten Filmchen ja jetzt gedreht haben, die uns jetzt verfolgen, die wissen das. Und wir werden ziemlich oft besucht. Und die Leute, die zu uns kommen und das hier sehen, die haben oftmals dann auch mehr Interesse als einmal nur zu gucken. Und spätestens dann, wenn die Leute die Autos anmachen, drin sitzen, dann siehst du bei den Männern immer dieses extreme Grinsen und will ich haben. Aktuell gibt es auch eine Warteliste zu dem Thema gebrauchte Challenger oder gebrauchte Rams. Deswegen darf frühzeitig auf uns zukommen, weil wir schon versuchen, das, was der Kunde haben will, so zu finden, dass es dann nachher auch passt. Und das ist sehr anspruchsvoll, da wir alle, die die US-Fahrzeuge lieben oder auch fahren, wissen, es gibt halt unwahrscheinlich viel Müll auch am Markt. Und da wird auch ziemlich viel gedreht gemacht, getan. Uns ist jetzt auch so ein Fehler unterlaufen. Aber ja, man kann nun mal nicht immer perfekt sein. Deswegen, wir korrigieren das jetzt eins zu eins. Und dann ist das auch wieder kein Problem. Das ist immer ganz wichtig. Auch bei uns kann man Fehler passieren. Ja, wir sind auch nur Menschen. Und wenn was schief läuft, ist aber von unserer Seite immer das regulieren mit 100 Prozent. Da bleibt keiner auf irgendwas sitzen. Also das ist so das Credo. Unsere Leute müssen happy sein. Zum Thema happy fangen wir jetzt an. Ich stelle euch kurz den Showroom vor, wie er jetzt aktuell heute aussieht, am 05.06. 05.06. Das ist das Stichwort. Unser Senior, unser Investor hat Geburtstag. Peter, alles Liebe, alles Gute. Bleib genau, wie du bist. Und bleib vor allen Dingen da, wo du bist. Du bist gerade in Holland. Lass dir Zeit beim Wiederkommen. Nein, du weißt, ich hab dich lieb. Also von daher, das war ein Scherz. Alles Gute zum Geburtstag. Red Eye aktuell verkauft. Im Sinne von ist jetzt verkauft. Red Eye steht jetzt hier und wartet auf den Besitzer, dass er ihn abholt. Dann haben wir hier den fertigen, keramikversiegelten Hellcat vom Silen. Der kommt auch irgendwann die Tage mit seiner Frau vorbei und macht das Ganze dann final zum Abholen. Der XR vom Ansgar ist auch eigentlich nur noch hier auf Halte und wartet darauf, im Endeffekt abgeholt zu werden. Er ist also auch verkauft. Dann haben wir hier den wunderschönen Fox GTR Nismo, der heute Morgen verkauft wurde. Auch der ist weg. Der Wagen, der Camaro SS ist auch verkauft. Die Corvette und diese Corvette sind jetzt top aktuell gerade zu bekommen. In den folgenden Szenen seht ihr aber jetzt, warum wir hier Platz gemacht haben. Wir machen jetzt den Camaro vom Joshua fit. Der kriegt jetzt eine Keramikversiegelung und der bekommt jetzt eine Motorhaube foliert. Folie suchen wir uns jetzt hinten aus. Okay, also das ist jetzt mal die Einleitung von meiner Seite, was heute so im Video passiert. Ich glaube aber, wir haben vorher schon ein paar Bilder gezeigt, wie wir den Mark fertig gemacht haben. Richtig? Mhm. Okay, gut. Dann sind wir eigentlich irgendwo im Video. Alles klar, gehen wir mal los. Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön. Machst du doch gar nicht das hier. Ja eben, der Sand. Ach, du willst da sezent drauf hinweisen? Mhm. Ah, nicht aufgefallen. Dann wollen sie es holen. 10 Minuten. Boah, geil. Da bin ich auch hellig. Verhungert. Der Farbunterschied, ne? Das kommt so geil an. Das ist so schön. Ist das geil? Ist das geil? So, treffe ich oder treffe ich mich? Guck mal diese Wetten. Heute sage ich, du triffst nicht. Du sagst, ich treffe nicht? Ja. Okay. Mama, was sagst du? Treffe ich oder treffe ich mich? Woher denn? Ja, von hier in den Korb. Von hier in den Korb. Den braunen Korb? Den braunen Korb. Mamona sagt nein. Nein? Du sagst nein. So Leute. Ach, Streife. Geil. Siehst du die Streifen verschwinden? Mhm. Aber das ist die Temperatur. Ich finde das gerade total hoch. Ja. Da fühlt man sich doch wohl. Ja. 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 Ich mach jetzt die Uhrzeit mal nicht an. Ja. 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 Jetzt habt ihr was gut. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ich mach den jetzt mal die Uhrzeit nicht an. Was sag 이거. Ja. 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 Hier, Marc. Was grüßt? Das ist Dein Challenger. Also, Digga, es geht doch. Du musst nur rollen. Ich will immer mehr gewerben. Tschüssikowski, war's gut. Vielen Dank. Das mache ich jetzt auch. Nee, die fahren doch mit dem Ramp. Das geht jetzt nicht. Der ist auf uns angemeldet. Ja, genau. Alles klar, hätten wir das auch gesehen. Digga, bis dann. Ciao, tschüss. Ciao. 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 Ciao.